Benutzt du regelmäßig einen Föhn? Wenn ja, wie bewahrst du ihn auf? Wenn du es so machst, wie du hier siehst, mit dem Kabel gewickelt, dann solltest du dir das nochmal gründlich überlegen. Ich verrate dir in diesem Video, warum du mit den Kabeln aufpassen musst. Hast du hier solche Knoten in dem Kabel von dem Föhn, dann solltest du diese natürlich beseitigen. Was du außerdem nicht machen solltest, ist das Kabel hier total eng um den Föhn wickeln. Das Kabel könnte dadurch Knicke und Risse bekommen. Die Folge könnte ein Kabelbruch sein. Daher solltest du das Kabel nur locker um den Föhn wickeln. Außerdem solltest du nach der Benutzung, wenn der Föhn noch heiß ist, das Kabel nicht direkt um den Föhn herumwickeln, denn dann kann es anschmoren. Lasse es deshalb ein paar Minuten abkühlen. Wenn du dein Kabel aber nicht zu fest herumwickelst und den Föhn nach dem Gebrauch erstmal abkühlen lässt, dann kannst du das Kabel weiterhin um deinen Föhn wickeln. Wenn das Ganze bei dir also so aussieht, ist das alles kein Problem. Um das Ganze noch einfacher zu machen und die Aufbewahrung möglichst platzspannend zu gestalten, empfehle ich dir außerdem so etwas. Einen extra Föhnhalter, wo du das Kabel sogar drumherum wickeln kannst. So nimmt das Ganze keinen Platz weg und ist ordentlich und sicher verstaut. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, welchen BH-Trick du unbedingt kennen solltest, dann schau dir das Video an, was ich dir hier verlinke. Und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.